Good evening, Mr. Gates. Bisher hat das Virus am härtesten die Industrieländer getroffen, in Europa, Nordamerika, China. Mit welchen Auswirkungen rechnen Sie in weniger entwickelten, ärmeren Ländern, zum Beispiel in Afrika? Leider haben wir allen Grund zu der Annahme, dass die Ansteckungsrate dort sogar noch höher sein wird und dass auch die Zahl der Toten sehr viel höher liegen wird in den Entwicklungsländern. Die Gesundheitssysteme in diesen Ländern sind weniger gut ausgebaut. Man kann den Patienten dort deshalb weniger gut helfen. Es gibt weniger Beatmungsgeräte. Das wird zu einer höheren Sterberate führen. Auch sind die Möglichkeiten, Quarantäne zu organisieren, Menschen zu isolieren, viel geringer, wenn man in einem städtischen Slum lebt zum Beispiel und rausgehen muss, um zu arbeiten und sich so seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt, die Anzahl der Infizierten in den Entwicklungsländern ist jetzt noch relativ gering, aber nach allem, was wir bisher erlebt haben, ist es wahrscheinlich, dass dort die Epizentren der Epidemie liegen werden in den kommenden Monaten. So the outlook is grim. Düstere Aussichten also. Und um das in den Griff zu bekommen, müssten die Länder sich unterstützen. Doch die meisten konzentrieren sich auf ihr eigenes, nationales Krisenmanagement. Grenzen sind geschlossen. Man streitet sich um Material. Es hat Bieterwettbewerbe gegeben, um medizinisches Gerät. Sogar innerhalb einzelner Länder hat es oft keine Absprachen gegeben. Wie effektiv kann dann unsere Reaktion auf diese Krise insgesamt sein? Ich und andere hatten zwar schon 2015 auf die Möglichkeit einer Pandemie wie der jetzigen hingewiesen. Und obwohl wir darüber gesprochen hatten, welche katastrophalen Auswirkungen es haben könnte, wenn wir keine schnell einsatzbereiten diagnostischen Möglichkeiten, Medikamente und Impfstoffe haben würden, hat dies leider nicht dazu geführt, dass man die nötigen Vorbereitungen getroffen hat. Deshalb handeln jetzt alle unter Zeitdruck und man versucht, die Situation irgendwie in den Griff zu bekommen. Dadurch entstehen Versorgungsengpässe. Man ist sich uneins über die Prioritäten. Und das macht die Sache so schwierig, auch länderübergreifend. Jetzt, wo man beginnt, sich mit den Kontaktsperren zu arrangieren, obwohl das natürlich sehr belastend ist, beginnt man auch darüber nachzudenken, wie man an Medikamente zur Behandlung von Corona herankommt. Wie können wir schnellstmöglich einen Impfstoff herstellen? Zu den Impfstoffen kommen wir gleich. Zuvor noch, wie bewerten Sie den Umgang Ihres Präsidenten Trump mit der Pandemie? Er verweigert die Belieferung des Nachbarlands Kanada, versucht deutsche Medizin- und Pharmaunternehmen aufzukaufen und so weiter. In den USA erleben wir gerade eine erschreckende Anzahl von Toten. Die Situation stellt Amerika vor große Herausforderungen. Es gibt aber sehr wohl Gouverneure in den Einzelstaaten, die Verantwortung übernehmen. Da gibt es viele gute Beispiele, dass die Gouverneure voneinander lernen. Irgendwann, wenn das Schlimmste vorüber ist, kann man dann analysieren, was im Januar und Februar passiert ist. Hätte es eine klare Ansage der US-Regierung geben sollen zu den Prioritäten beim Testen? Im Moment müssen wir einander einfach unterstützen. Es wird immer deutlicher, dass wir trotz aller Anstrengungen die Pandemie nur in den Griff bekommen werden, wenn wir einen Impfstoff entwickeln. Welche Schritte sind auf diesem Weg jetzt die wichtigsten? Naja, normalerweise dauert es ungefähr fünf Jahre, einen neuen Impfstoff zu entwickeln. Man muss einen solchen Stoff erst einmal herstellen und ihn auf seine Unbedenklichkeit hin testen. Dann muss man auch seine Wirksamkeit prüfen. Normalerweise baut man die entsprechenden industriellen Kapazitäten zur Herstellung erst auf, nachdem die sichere Verwendung des Stoffes und seine Wirksamkeit bestätigt worden sind. Und wir sind jetzt dabei, diese Zeitspanne auf rund 18 Monate zu komprimieren. Wenn alles super läuft, geht es vielleicht noch schneller. Die Tatsache, dass die RNA-Plattform jetzt schnell Fahrt aufnimmt und die Herstellung recht einfach sein wird, lässt hoffen. Die Wirksamkeit eines Medikaments und seine Unbedenklichkeit zu gewährleisten, das ist kein Pappenstiel. Impfstoffe sind oft nicht in der Lage, auch ältere Menschen dabei zu unterstützen, dass sie immun werden gegen eine Krankheit. Und das ist ja hier das Wichtigste, alte Menschen immun zu machen. Wenn man die Wirksamkeit eines Impfstoffes erhöht, damit er auch bei älteren Menschen funktioniert, muss man aufpassen, dass dies nicht zu Problemen bei der Unbedenklichkeit führt. Wir werden den zu entwickelnden Impfstoff letztendlich 7 Milliarden Menschen verabreichen. Da können wir uns keine Probleme mit bedrohlichen Nebenwirkungen leisten. Und doch werden wir die Entscheidungen zum Einsatz eines neuen Impfstoffes auf einer geringeren Datengrundlage als sonst fällen, damit wir schnelle Fortschritte erzielen. Wir müssen also die Entwicklung der 8 bis 10 aussichtsreichsten Kandidaten unterstützen, die entsprechenden Produktionsanlagen bauen, herausfinden, wie wir die Sicherheit des Impfstoffes testen. Und all dies braucht eine gemeinsame globale Anstrengung. Unsere Stiftung spielt hierbei eine große Rolle, denn wir sind die größten Förderer von Impfstoffen und denken auch an die Entwicklungsländer. Ich bin beeindruckt davon, dass jetzt alle Welt darüber spricht, dass sich Medikamente herauskristallisieren, nicht nur Moderna, CureVac, Sanofi, Novavax und so weiter. Dies sind die Mittel, in die jetzt investiert werden muss. Sie hoffen also, dass in 18 Monaten Ergebnisse vorliegen. Aber das würde ja auch bedeuten, dass wir die zur Bekämpfung von Corona getroffenen Maßnahmen so lange beibehalten würden, also mindestens anderthalb Jahre noch. Im Sommer können wir hoffentlich einige Bereiche des Lebens wieder öffnen. Sie haben absolut recht, zu der Normalität vor Corona werden wir erst dann zurückkehren können, wenn wir entweder ein Wundermittel gefunden haben, das in 95 Prozent der Fälle hilft, oder wenn wir einen Impfstoff entwickelt haben. Das heißt, wir werden eine Phase durchlaufen, während der ständig überlegt werden muss. Können die Schulen ihren Betrieb wieder aufnehmen? Große Stadien werden vermutlich geschlossen bleiben. Gleichzeitig müssen die Tests weiterlaufen, damit man weiß, ob es irgendwo wieder einen Anstieg der Ansteckungen gibt. Wir wissen ja über viele Dinge noch nicht richtig Bescheid, zum Beispiel den Einfluss der Jahreszeiten, inwieweit junge Menschen auch Teil des Übertragungsweges sind. Es ist also richtig, wenn man jetzt darüber diskutiert, wie die langsame Öffnung aussehen könnte, auch wenn wir in den meisten Ländern noch ein, anderthalb Monate davon entfernt sind. Trotz aller Kooperationsbereitschaft, sind Sie nicht besorgt, dass es dann noch einen Kampf um die Impfstoffe geben könnte, so wie wir es ja etwa bei den Schutzmasken erlebt haben? Wenn wir dann all die Fabriken bauen und entscheiden, wo wir sie bauen, wenn sich herausstellt, wer hier verbindlich Fördermittel zusagt. Die Europäer sind in Sachen Impfstoffe immer sehr freigebig gewesen. Deutschland trägt zum Beispiel im großen Umfang zur Gavi bei, der Organisation, die dafür sorgt, dass der Impfstoff auch überall in den Entwicklungsländern ankommt. Wenn wir gemeinschaftlich in diese Produktion investieren, dann können wir dafür sorgen, dass nicht nur die Länder, in denen sich die Fabriken befinden, darauf Zugriff haben, sondern besonders diejenigen, wo der Impfstoff am dringendsten benötigt wird. Langfristig wird die Produktion so hochgefahren, dass alle Menschen auf unserem Planeten damit geimpft werden können. Die Welt wird nach dieser Pandemie nicht mehr die gleiche sein. Aber was genau wird sich denn ändern, Ihrer Meinung nach? Ich glaube, dass die Warnung, dass wir uns gründlich auf die nächste Pandemie vorbereiten müssen, diesmal ernst genommen wird. Schnelle Diagnosen, Impfstoffe, Medikamente, wir werden beim nächsten Mal besser vorbereitet sein. Und die Plattformen, die das möglich machen, werden auch für bereits bestehende Krankheiten nützlich sein. Wir sind auf der Suche nach RNA-Impfstoffen für alle ansteckenden Krankheiten. Sie könnten bei deren Bekämpfung sehr hilfreich sein. Unser Verhalten wird sich nach dieser Krise verändert haben. Vielleicht machen wir sehr viel mehr Dinge online, nachdem wir jetzt dazu gezwungen sind. Ich hoffe, dass wir hinterher sagen können, wir haben es gemeinsam geschafft, dass wir die Leute im Gesundheitswesen, die sich heldenhaft einsetzen und ihre eigene Gesundheit aufs Spiel setzen, feiern können. Menschen, die in der Isolation leben mussten in dieser Zeit, die mit großer Verunsicherung umgehen mussten. Die Kinder, die wertvolle Schulzeit verloren haben. Leider sind es in den meisten Ländern die weniger gutgestellten Familien, in denen Online-Lernen gar nicht möglich ist. Und wo deshalb die Kluft zwischen guten Bildungschancen und geringen größer wird. Wir werden das Wirtschaftsleben gründlich aufräumen müssen nach der Krise, nach all den Traumata, die die Menschen haben, durchmachen müssen. Ich hoffe aber, dass diese Krise uns näher zusammenbringt mit den Menschen in unserer unmittelbaren Umgebung und auch länderübergreifend auf der ganzen Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich die Welt, oder zumindest ein großer Teil, zusammengerauft. Und leider haben wir es auch hier mit einem dramatischen Umbruch zu tun. Unser Verhalten wird sich in vielen Punkten ändern. Ich hoffe auch, dass wir über die Pandemie nicht andere Dinge wie den Klimawandel vergessen, die ja ebenso unsere Zusammenarbeit und viel Innovation brauchen. Herr Gates, vielen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen.